Hi, ich bin Miriam. Willkommen zu unserer nächsten Folge. Dieses Video richtet sich insbesondere an Eltern, Lehrer, pädagogische Fachkräfte, Personen aus Vereinen sowie Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und auch Nachbarn. Heute geht es weiter in unserer Serie zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern. Immer wieder gelangen Fälle von sexuellem Missbrauch an die Öffentlichkeit. Oft stellen sich Fragen wie, warum hat das Kind nie etwas gesagt? Wie konnte das geheim bleiben? Oder hätte das nicht verhindert werden können? Es handelt sich hierbei um ein sehr komplexes Thema. Jedoch möchten wir Ihnen zeigen, was Sie tun können, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Schützen Sie Kinder mit Ihrem Wissen. Informieren Sie sie altersgerecht mit Fakten und Risiken, denn Unkenntnis begünstigt Missbrauch. Schützen Sie Kinder mit ihrer Offenheit. Wenn Missbrauch kein Tabuthema ist, hilft das Kindern, sich anzuvertrauen. Schützen Sie Kinder mit ihrer Aufmerksamkeit. Oft gibt es Signale für Missbrauch. Seien auch Sie aufmerksam. Schützen Sie Kinder mit ihrem Vertrauen. Vertrauen Sie den Aussagen von Kindern. Kinder erfinden selten solch eine an ihnen begangene Straftat. Schützen Sie Kinder mit ihrem Handeln. Kümmern Sie sich um betroffene Kinder. Holen Sie Hilfe und erstatten Sie Anzeige. Warten Sie nicht, dass es jemand anderes tut. Zeigen Sie Zivilcourage. Kinder können Gewalt und Missbrauch nicht aus eigener Kraft beenden. Sie brauchen die Hilfe von ihnen, von Erwachsenen. Diese Botschaften sind wichtig. Bitte teilt und liked sie. Und ganz wichtig, informiert auch andere. Damit mehr Menschen auf dieses Thema aufmerksam werden und Kinder vor diesen Gefahren geschützt werden können. Bis zum nächsten Mal. Eure Miriam.